Der Coburger Prinz Albert hatte 1840 die englische Königin Viktoria geheiratet, die beiden gelten bis heute als royales Traumpaar. Sowohl Königin Viktoria als auch der Coburger Prinz Albert würden in diesem Jahr Ehren 200. Geburtstag feiern, die Stadt Coburg veranstaltet deshalb ein Albert. Höhepunkt dürfte dabei eine Reise im Mai auf die Isle of Wight sein, eine der Südküste Großbritanniens vorgelagerte Insel. Bewerbungsschluss war eigentlich schon gestern, doch nun werden noch bis Ende dieser Woche Bewerbungen angenommen, teilte das Stadtmarketing Coburg dem Bayerischen Rundfunk mit. Kleine Queen, großes Publikum Das Casting ist dann für Samstag, 19. März 2023 geplant. Bewerben können sich Paare und Einzelpersonen, die nicht älter als Mitte 30, sind. Dass Königin Viktoria mit 1,55 Metern nicht sonderlich groß war, Spiele für die Bewerberinnen keine so Rolle, sagte Michael Zelzer vom Coburger Stadtmarketing. Wichtig sei vielmehr, dass die Bewerber keine Scheu hätten, vor größerem Publikum aufzutreten und sich mit der Geschichte des Paares auskennen würden. Punkt. Die Einsätze als Doublespaar sind vor allem an Wochenenden und Abenden.